Anti-Anämikum. Ein Anti-Anämikum ist ein Arzneimittel, das gegen Blutarmut eingesetzt wird. Ein Anti-Anämikum soll insbesondere den Hämoglobinwert eines an Anämie leidenden Patienten anheben. Es gibt insbesondere Eisenpräparate, die dabei hilfreich sind und es gibt zusätzlich auch weitere Arzneimittel. Wer irgendwo das Gefühl hat, dass er müde wird, dass er oder sie irgendwo blassere Haut bekommt und irgendwo eine gewisse Antriebslosigkeit oder Depressivität, der sollte auch mal den Eisengehalt prüfen lassen. Zu hohes Eisen ist nicht gut, zu viel Eisen kann sogar die Bluthochdruck und Atherosklerose begünstigen, aber zu wenig Eisen im Blut ist auch nicht gut, das kann zur Anämie führen. Und bevor man ein chemisches Anti-Anämikum nimmt oder nehmen muss, weil der Eisengehalt zu sehr heruntergegangen ist, wäre es klug zu schauen, dass man Eisengehalt steigert. Es gibt zum Beispiel in Reformhäusern sogenannte Eisenblutsäfte oder Kräuterblutsäfte, die natürlich rein pflanzlich sind und die auf sehr effektive Weise die Eisenzufuhr im Organismus erhöhen können. Man kann auch dafür sorgen, dass man genügend Vitamin C und genügend Obst isst. Das verbessert nämlich auch die Eisenaufnahme im menschlichen Körper. Wer natürlich echten Eisenmangel hat, der braucht die Behandlung durch einen Arzt oder Heilpraktiker und wenn der Eisenmangel schon fortgeschritten ist, dann ist es sicherlich klüger, ein Anti-Anämikum zügig zu nehmen, um zügig auch wieder normale Gesundheit haben zu können. Es gibt natürlich noch andere Formen von Anämie, die nicht auf zu wenig Eisenzufuhr beruht, die ist dann etwas schwieriger zu behandeln, umso wichtiger dabei eine ärztliche Behandlung zu suchen.